Hallihallo und herzlich willkommen zu einer aufregenden, spannenden, dramatischen, sensationellen Folge King of the Kill H1Z1. Fangen wir einfach mal an, gehen hier auf spielen, solo und los geht's. Ich bin schon ganz nervös. Oh, spitzige Hände. Los geht's. Hm, vermeidet das giftige KSS wird stärker, solange der Krieg wütet. Okay. Hm. So, da sind wir jetzt in der Lobby. Glaube ich zumindest. Ja. Mausgeschwindigkeit ist okay. Ähm. Ja. Die ist glaube ich okay. Okay. Och du Idiot. Okay, hier ist noch ne Mütze. Zarreißen. Liegt hier noch die andere mit... Ah. Oder? Ah. So. Können wir gleich ne Bandage erstellen. Hier in der Lobby. Hallo, es tobt euch aus und dann startet mal die Runde. Oh, das Match beginnt in 30 Sekunden. Super. Super. Jo. Juuu. So. Fünf Sekunden. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Los. So und da sind wir in der Welt von H1Z1. Und suchen uns erst mal eine kleine ruhige Gegend. Äh. Spawnt da jemand vor mir? Ne. Dann landen wir mal hier bei dem Haus. Und looten uns erst mal ein. Ja. Hier ist alles ruhig. So magst du Papa. Immer schön ruhig und langsam. Ein Spaß beiseite. So. Oh, genau hinter mir ist einer runtergekommen. Aber, falls der hier in das Haus geht, erwarten wir ihn schon. Und machen ihn kaputt. Gemeinsam. Das nehmen wir fix mit. Ja, den haben wir auch. Und ne, die. Nee. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Oh. Jetzt haben wir auch schon eine AK. Ja. Sehr gut. Ähm. Passt. Ja. Passt. Passt Fam. Passtkreist. Ah, sehr fein. Jetzt sind wir ja schon ganz gut ausgerüstet. Jetzt nehmen wir noch hier die Comgun mit, obwohl ich überhaupt gar kein Freund bin von Schrotflinten. Aber mal schauen. Noch einen zweiten Helm. Ob das schon Munition? Oh, hier noch was. Okay. Warte auf der Karte. Oh Gott, wir sind so weit weg. Machen wir fix die ganzen Dinger zu heißen. Dann noch fix herstellen. Ich glaube, das packt mir nicht. Wir sterben durchs Gas. Super. Aber wir müssen noch am Anfang looten gehen, ein bisschen ausrüsten. Egal, das nehmen wir jetzt noch mit. Und dann gehen wir mal raus aus dem Geschäft. Nein. Obwohl wir könnten... Nee, nee, wir müssen raus. Vielleicht steht ja ein Fahrzeug und dann müssten wir langsam mal zum Kreis gehen. Eine Minute 44. Oh, nee, das, das, das. So, super. Bitte lasst ihr ein Fahrzeug stehen. Bitte lasst ihr ein Fahrzeug stehen. Ich meine, eins, was man auch fahren kann. Nicht eins, was nur stumpf da steht. Und so lang, äh, südlich. Einfach nur immer südlich. Das wäre da. Da ist Nautru, da ist Nautru, da ist Nautru, da ist Nautru. Ja! Und wir können nicht drüber, weil wir zu fett sind. Und... Aber wir haben ein Fahrzeug. Nee, 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 nee. Oh, und noch. Zwei große Sanitküsten. So, und jetzt ab in den Süden. Der Sonne entgegen. Oh Gott, da schießt es schon. Aber... Wir entkommen erst mal und gehen ganz schnell in die Sicherheitszone. Denn das hat Vorrang. Ja! 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 Stopp mir das! Oh, fix sie rein, rein. Ja, super. Und so, und weiter geht's. Jetzt sind wir schon mittlerweile in der Sicherheitszone. Aber es schadet ja nicht, wenn wir noch etwas weiter gehen. Oder etwas weiter fahren. An irgendein Ort, wo noch sonst keiner ist. Und da verschanzen wir uns und warten. Warten darauf, dass alle anderen sich töten und wir einfach nur Platz 1 werden. Ich meine, es gibt mehr Punkte, wenn man die Leute tötet, ne? Ist klar, es geht ja darum. Aber ich bin mehr so defensiv heute unterwegs. Passiv. Ich meine, wir haben jetzt schon 50.000 Punkte nur fürs Nichts machen, ne? Das ist doch schön. Ich mag das. Einfach mal nichts machen. Mal schön durch die Landschaft fahren. Und chillen. Oh Gott, da ist jemand. Nein. Der macht mir Angst. So, wir müssen jetzt vielleicht noch ein bisschen östlich. Oh, hier ist noch ein Auto. Ah, ne. Das ist ganz verrückt. Was ist das? Oh. Oh. Das war ein bisschen zu sehr. Aber wir haben ja mehr als genug Bandagen. Für uns liegt noch ein Rucksack, da können wir noch ein paar machen. So. Der ist noch voll. Du kriegst mich nicht. Oh Gott, nein, 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 nein. Jetzt hat es ein bisschen geruckelt, aber wir sind dennoch entkommen. Oh Gott. Nein, Mann! Du Lübbel! Oh Gott, 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 Na ja, okay. Platz 22. Silber 3. Na ja, okay. Dann war's das mal. Das war eine kleine kurze Runde. Das Video geht jetzt schon seit... Ja, geht jetzt schon 17 Minuten. Das sollte reichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es könnten weitere Folgen, wenn ihr das möchtet oder wünscht. Dann bis zum nächsten Mal. Adieu und bye bye.